Was ich werden wollte, als ich klein war? Definitiv nicht das, was ich gerade mache. Klar, Traumjobs wie Tierärztin oder Astronaut, aber ganz ehrlich, man will doch nur einen Job, der Spaß macht. Mit netten Kollegen und definitiv keinen langweiligen Bürojob. Eine schöne Runde, Punkt. Es gibt viel zu besprechen, Punkt. Nur für das Protokoll, Punkt. Theresa May hat gestern eine neue Option für den Brexit vorgestellt, Punkt. Ich war entsetzt, Punkt. Erstens über die inhaltslose Substanzlosigkeit. Ich wollte einen Job, der mich fordert. Und ja, der verändert vielleicht nicht die Welt. Aber ich bringe anderen die Welt etwas näher. Ich was wrong, ich bin, ich bin, ich bin dankbar. Dankeschön. Danke, profit gerne.